Was hast du so gemacht? Das heißt also so gut wie nichts. Komm morgen früh in mein Studio. Heute ist dein Glückstag, Sisse. Susana Lassaro? Ja, richtig. Hier ist das San Gabriel Krankenhaus in Madrid. Ihre Großmutter hatte einen Unfall. Sie wurde bei uns eingeliefert. Da sie die einzige Verwandte sind, die uns bekannt ist, ist es notwendig, dass sie so bald wie möglich herkommen. Natürlich. Natürlich komme ich. Danke. Ihre Großmutter wird nicht mehr imstande sein, sich selbstständig zu versorgen. Sie wird bei vielen Dingen Hilfe benötigen. Kann ihr Zustand wieder besser werden? Nein. Genau, sie müsste rund um die Uhr betreut werden. Ja, sie waschen, ins Bett bringen, sie bewegen. Man muss sie füttern. Es gab immer nur uns zwei, sonst niemanden. Oma? Oma. Dieses Jahr kam eine Freundin von Oma zu unserem Geburtstag. Tut mir leid, wer bist du? Ist es nicht, ist es nicht. Ich sage Gott, die leid, wer ist es. Ich gehe nicht, ich gehe nicht, ich gehe nicht, ich gehe nicht. Wir kommen jetzt an, ist es nicht im Saisen. Wir kommen jetzt an, ist es nicht im Saisen. Das war's mir, das war's mir, das war's mir.